Ich finde das nicht gut. Kontrabass. Herr Hodes, du weißt aber schon, was wir vorhaben, oder? Mir schwarnt übles. Ich filme noch mal kurz auf den Schweiß. Ein lieber Schwan. Oh, was geht denn hier? Ey, magst du es lieber beim Zocken nah dran zu sitzen oder weiter weg? Ich mag Fernseher. Boah, geil! Alter, das ist illegal. Das ist Waterboarding. Ey, Guantanamo Bay. Komm mal, hier ist Geld drin. Das ist Geldwäsche. Alter, das ist auch illegal. Was ist denn da glitschig? Äh, Alge. Alge, Alge. Glück. Waterboarding. Alter, Marlin, ich komme gerade aus dem Bad. Da erzählt man sich, dass du H2O sehr magst. Ich mag was sehr? Hey, na, du Obdachloser. Zeig mal, was hat denn deine Immobilie hier alles zu bieten? Nun ja, sehen Sie. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock und Erdgeschoss. Hammer. Ey, zeig mal deinen Zwille, Mann. Hier. Feels like heaven. Alter, Marlin, warum hast du eigentlich nie einen BH an? Na, wegen der Notiz. Was? War gut der Clip, oder? Der war super, aber ich werde nie wieder ein Erdgeschoss für den zusammenknödeln. Ich habe richtig Erdogan in der Hand. Alter Ziegenficker. Bonjour, ich präsentiere Ihnen heute eine Sauber du Trick. La Pen. Robin, wir wollen filmen. Hey, was tust du hier tun? Ich tue hier gerade einen Power-Neptun. Boah, ich habe so richtig Durst. Durst, löscht dich. Leute, wisst ihr, was das ist? Was denn? Ein Drehtränk. Das ist ein Drehtrappack. Was ist denn dein Problem? Na, ey, hier ist Stau. Besauger. Ich würde da gerne reingehen, aber das wird ja von so einem Wachhund bewacht. Na, du Huso, du wohnst in der Lindenstraße 20. Fuck, jetzt hat der Wix noch mich gewatchdoxt. Schau mal, ein Kopfstand. Vorsicht. Die Gags sind einfach so gut, da mache ich direkt einen Kniefall vor ihm. Ich muss aufs Töpfchen. Super Fernbedienung. Ey, Robin, komm mal kurz her. Ja, was? Hm? Du kannst dich doch noch an den Gag mit dem Haarscharf erinnern, oder? Von damals, vor 10 Jahren, was keiner mehr weiß. Ja, ja, da musst du Fortspiele. Ja. Ich probiere mich die ganze Zeit zu schneiden, aber das ist Baumstumpf. Boah, entladen, das ist aber praktisch. Hallo, Herr Baumart. Ich hätte gern ein Skateboard gekauft. Hier, fünf Holzmark. Oh, na schön. Das haben Sie sich aber aus der Wurzel geschnitzt, oder? Viel Spaß. Wünscht Ihnen der Rollladen. Was machst du da? Ich sortiere meine Schublade. Guck mal. Schuh, Schuh. Schämst du dich nicht? Warum nicht? War denn das Klassentreffen? Es war so scheiße. Es war ein reines Weinkaffee, Alter. Ohne Spaß. Nur Säcke an dem Scheiß-Ding beteiligt. Eloquenz. Ja, so. Nehmen wir, oder? Hilfst du schon? Ja. Ist schon an? Ja. Schöne Aufnahme. Ja, halt's mal jetzt. Okay. Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, guck mal da hinten, Alter. An der Wand. Das Fenster. Hä? Zack, Wortspiel. Leute, ich zeig euch heute meinen neuen Geschirrspüler. Hier. Nee, hier. Was? Geht's? Ich glaub, ich hab mir das Waschbecken eingeklemmt. Mmh, Skamte-Board, Skamte-Board. Herr Doktor, Herr Doktor. Ja? Ich hab roten Stuhl. Da. Nee, da. Oh. Oh, Marlin, was hast du denn jetzt schon wieder angestellt, Mann? Oh, das ist ja ein richtiges Kabeljau hier. Mann. Guckt mal, ein Skate-Board. Oh Gott, ey, langsam echt nicht mehr witzig. Ich geh rollen, aber eigentlich hab ich auch gar keinen Bock mehr da drauf. Ich hab irgendwie langsam das Gefühl, du bist so Skate-Board. Ja, ich mag das fast so wenig wie Max Kiesinger, Alter. Ich mach lieber Rollenspiele. Hey, ist kein Grund jetzt hier aufs Dach zu steigen. Aber er dreht völlig am Rad. Oh Gott. Okay, wir haben's, Leute. Wir haben's. Wir haben's. Drehschluss. 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 Drehschluss jetzt. Ah, okay. Drehschluss. 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 Ich mag was sehr. Drehschluss. Scheiße. Drehschluss. Oh, jetzt nicht das Wasser aufdrehen. Ich glaub ich hab' ich den Schlauch abgemacht. Ich bin bereit.